herzlich willkommen und zurück zu let's play wo w den jäger auf der allianz seite natürlich so wir sind in der letzten folge hier in das kleine dörflein angekommen und wir sollen krokodile töten wir brauchen deren haut wollen wir direkt mal zu sagen warum sind nach zwei gleich angriff die krokodile erledigen also die schießanimation diese geändert haben ist auch echt geil ich kann mal her holen und wissen was wir schon wieder vergessen haben wir können sie kürschen an das hätte ich schon wieder fast vergessen kommt ich kürschen haben wir noch mal schnell sehr schön und ab geht die post so sehr schön da hinten um uns mal zusammen das ist gut wenigstens nicht lange rumlaufen und krokodile suchen wenn wir hier alle auf ein fleck sind ja was gibt es neues ich spiele den jäger ihr seht dass ihr wisst es ja diese folge ist jetzt für die aktuelle woche so und dann werden wir mal hier lang mal durch durch den sumpf wenn wir mal ein paar zusammenziehen dich dich und dich alle zusammen sehr schön das ist sehr schön sagt da brauchen wir noch zwei laufen wir mal in die richtung machen wir denn unsere nächsten aufgaben auch in der richtung gehen wir mal gleich in die richtung wir haben wieder was vergessen natürlich ihr wisst es ihr wisst es ja wir haben es vergessen sieg zu kürschen an heißt zu kürschen an das leder abzuziehen dass wir noch mal schnell erledigen sehr schön und da können wir abziehen so gucken wir mal die richtung da ist auch noch eins das erledigen gleich mal und das von da auch noch das und da auch eine viel größere chance dass es ausreicht dass wir haben hier müssen auch mal heilen auch mal irgendwann mal weit neues unser wolf begleitet uns schon die ganze zeit so sehr schön ledern dich auch du hast ein quest item ich kann man nicht schade aber auch so was wollen wir denn hier machen raptoren töten eine riesengroße jetzt müssen wir bestimmt in der nächsten folge in der nächsten folge der nächsten aufgabe töten so unter ist ein raptor das ist der nächste wo ich mal zusammen ein gruppe die hat sich auch noch angestrichen okay kein problem das hat multi shirt erst recht dort wie brauchen wir denn acht raptoren naja das ist ja kein problem für uns das problem ist er hat wahrscheinlich sie zu finden aber kürschen dann können wir den können auch kürschen und denen auch jetzt vergessen was wegen sind wir nicht so da sind sie dann gehen wir mal falscher falscher knopf da sind die eier die wir auch noch brauchen so vorstellen ich habe kein ziel hier sind genug ziele die du hast ich habe kein ziel und platz ins gesicht voll ins gesicht geschossen ich brauche ein ziel schon mal anfangen zu looten besiegt sehr schön raptoren eier die sich da das haben wir den machen einsammeln ok die nächsten pullen die uns sowieso angreifen würden unser tier hält das schon aus ich habe kein ziel auch besiegt auch besiegt sehr schön das haben wir auch noch zwei jahr noch zwei jahr okay am unten aber schnell auf da sind die letzten zwei eier ich hole mal dich um auch und ich um auch in unserem kreis ich habe kein ziel eben die vorhin gerade wieder nicht gekürschen hat ne ich bin ich der meinung aber die werden wir wieder kürschen ich brauche ein ziehen schöne raptoren eier zack haben wir auch sehr schön und noch das da können wir die drei aufgaben abgeben die wir erledigt haben das freut mich zack geradeaus weh du mautest uns ab weh du mautest uns ab so das sumpfen dann haben wir auch bald durch ne das sumpfland können wir ins arati hoch land ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher ich habe da glaube ich bisher einmal in meiner ww laufzeit gequestet wenn überhaupt doch einmal einmal habe ich es durchgequestet aber auch nicht oft sieben leute online ganzen sucht dies schön euch zu sehen bleibt auf dem boden welch freut euch zu sehen ja man ja auch sagt du an der blab was haben wir denn bekommen hier kommandieren hey wie geht's man sieht sich noch da ziehen so das lief sein aber ich ziehe ein groß dicke krokodil alles klärchen erstmal töten das große dicke krokodil das sollten wir noch schaffen wer folgt uns und attacke außer reichweite oh bis zum viermal haben wir es ne zweimal so und ich habe kein ziel besiegt oh das gibt bestimmt vier Leder echt nur eins ok so was haben wir denn noch schnell schnelles dingster schnell schnelles dingster ok die grölle nach uns auch ein so ein ok brauche ein ziel ich brauche ein ziel haben wir erledigt so und was soll man mit euch ach von euch soll man barren kriegen ok geht mal her was wir brauchen da haben wir was bekommen das ist gut erledigt wir brauchen sechs barren ich habe kein ziel und drei sachen müssen wir noch eins haben dieses schnelles dingster auch guter name ich muss näher ran ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel ich brauche drei wieder auf einmal zwei barren ist ok brauchen wir noch vier das ist schon wieder ein halbes level ein halbes level sehr schön ich brauche ein ziel das haben wir auch ich habe kein ziel ich brauche ein ziel oh man ich wollte mir gar nicht angeraten tut mir leid ich habe kein ziel wir brauchen noch immer noch zwei ich bin außer reichweite ja aber was gibt es neues mir macht das neue ettern echt spaß das habe ich ja schon mal erwähnt wir haben fort night abgesetzt dafür gibt es ls 17 weitere folge also merv aus von der sibba susum ich habe gemerkt also fortnight das ist wir sterben eigentlich nur selten gewinnen wir mal ihr könnt es ja in die kommentare schreiben ob wir doch noch fortnight sehen wollt es würde mich freuen wenn ich da mal einen kommentar auf höre ja aber ich kann da nichts anderes zu sagen weil immer rein tod rein tod macht auf dauer auch kein spaß und ihr wollt es wahrscheinlich auch nicht die ganze zeit nur sehen was kann ich nicht nur die aufgabe ab die allianz die auch gleich zwei folge aufgaben sehr schön so aber damit wäre die folge am ende ich danke fürs zuschauen wir sehen uns nächste woche wieder bei bergrim lp bis dahin auf wiedersehen und tschüss